Runde 2. Back on stage. Das ist jetzt die erste Zugabe. Wir steigern uns heute mal wieder, Stück für Stück. So, wir haben zwei unterschiedliche Triangelbülle. Sieht man ja sofort. Ja, dass da zwei sind, ne? Weiter kann ich auch leider nicht zählen. Ja, verdammt, ey. Noch habe ich fünf Finger. Da ist mir das, führt mir das dann leichter. Ja, du kannst nur andere Finger abziehen. Ja, kurz oder lang werden uns die ja alle weggeballert, ne? Wie man uns schon prophezeit hat auf unserem Pyro-Kanal. Wir sollten uns ja lieber mit Knallerbsen beschäftigen. Da haben wir aber jetzt auch mal ein paar Knallerbsen. Obwohl, nee, so Knallerbsen sind das jetzt auch nicht. Ja, das ist schon ein bisschen was Litteres. Also der hier, der ist ein bisschen dünner. Das ist der tschechisch-polnische, ich weiß jetzt gerade nicht. Das ist so eine rote Packung. Triangolo, was weiß ich. Ich glaube, das ist Tschechien. Bin mir nicht ganz sicher. Keine Ahnung. Ist aber auch egal. So, und das hier habe ich, das hier ist auch, das ist hier in der Dingens, ne? Hier, zack. Das ist hier ein Belgischer nämlich von Pyro-Star. Boah, der friert halt hier schon hier ein, ey. Ist so arschkalt. Ja, echt, ey. Nicht nur, dass die Lundhörer schon so kurz sind. Ja, echt, ey. Die Lundhörer... Die brennen auch ganz schön. Ja, immer eine Lundhörer... Ja, das ist heute auch kurz bei dem Pitta, ey. Apropos Lundhörer hier. Ja, das ist schon so gut. Verkrochen, ey. Sagt der Mann zur Frau, fünf Zentimeter mehr und ich werde ein König. Da lacht die Frau, guckt die nach und sagt, fünf Zentimeter weniger und du wirst eine Königin. Ja, 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 ja. Goll, Otto. Ja, passend zum Wetter hier, ey. Passend zum Wetter hier, schön, die unter hier. Schlicht, schlecht. Ich habe noch einen, aber den verprallern wir dann im nächsten. Ja, cool. Also, das ist hier der von Pyrus da, der, ähm, ähm, Bermuda. Ich hätte auch noch gerne einen Black Bermuda dabei gehabt, aber die hatten sie da bei dem Feuerwerkshändler. Quatsch, du konntest nur nicht bis drei zählen, ne, das Problem. Das war das Problem an dem Abend. Ne, die gibt es auch noch in schwarz, namens Black Bermuda, aber die haben wir jetzt leider nicht dabei. Ja gut, dann müssen wir uns mit dem normalen Bermuda hier. Immerhin zwei, wir fangen mit den tschechischen an, der wird wahrscheinlich nicht viel schlecher sein. Was blöde bei den Dingern ist... Die kannst du schlecht werfen, ne? Nicht gegen den Wind werfen die Dinger, die fliegen echt weg und die Dinger gehen verdammt schnell an. Aber die sind schön, schön laut, sind die. So. Weg. Boah, alter Schwede. Jetzt kommt der Brillgeschoss, jetzt komme ich lauter. Weg. Boah, ja doch. Der ist lauter. Auf jeden Fall. Ja, der war lauter, der wird zwar krasser. Ja, also von wegen hier, ne? Auch wenn der kurz ist oder dünn und klein, immer... Aber einen Bums hat er. Aber einen Bums hat er, aber einen Großer. Da muss ein bisschen weh, ne? Ja genau, kommt auf die Technik an. Ja, jetzt habe ich dir aber. Ja. Also braucht die Technik. Genau, so, also Pyro-Pillemänner sagen erstmal hier, ne? Wir sagen hier, wenn dann die Belgischen kaufen, ne? Ja, ja. Aber die anderen sind ja auch gut. Und vor allem für den Preis, die Belgischen sind natürlich teurer, ne? Aber die, ähm, tschechischen, für den Preis, ey, die kosten gar nicht 1,50 Euro, 2 Euro, so ein 20er Pack. Also die sind echt Preis-Leistungs-mäßig richtig gut. Aber... Richtig geil. Ne? Kann man schon gut mit knallen. Jep. Und sieht mal ganz anders aus, ne? Ist nicht halt so diese normale Form, sondern mal wirklich was ausgefallenes. Mal was anderes. Ja. Na ja. Gut. Wir machen gleich weiter. So Mädels. Ja. Wir melden uns bald wieder zurück. Back. Back to the next stage. Genau. Zurück zum U-Wagen. Roger. Tschüss. Tschüss. Tschüss.